Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Zivilpolizei und das ist mein Freund. Darf ich deinen Namen sagen? Das ist mein Freund David und er hat das Essig-Kaviar gesehen. Und komm, lass uns mal los haben. Was ist das für ein Zivilpolizei? Ich glaube, auf jeden Fall versuchen wir, so viele wie möglich in 8 Minuten oder 15 Minuten zu machen. Hier ist einer beim Dealer. Hier ist einer beim Dealer. Hier ist keiner kriminell, aber er ist beim Dealer. Ja, ja. Nee. Hier? Was ist das für ein... Ey, aber er kann's doch nicht wissen. Er kann's doch nicht wissen. Weil komm, er ist ein Anfänger. Nein. Aber trotzdem. Please, raus. Please, raus. Bitte, raus. Ey, hier ist ein Traktor. Zwei sogar, Digga. Die machen Kleber-Kläber. Machen Sie Platz! Ja, die Kleine. Die Kleine. Ja, kann denn nicht. Digga. Die machen bei den Bank kleben. Digga, die passen bei den Rest. Den Traktor. Ja, ich bin auch da, Digga. Er hat den Kollegen geschlagen. Er ist noch nicht kriminell. Er will Klima kleber machen. Digger, ey Leute, der Feuerwehr, einmal so, ich fahr jetzt gegen Panzer. Du bist nichts Nutzer, du hast nicht massiviert, als du kannst. Getroffen. Digger, ich fahr jetzt hier einfach. Digger, die wollen die Umwelt schützen. Ich fahr jetzt drum herum. Hier hinten steht gar nichts. Wir können hier einfach drum herum fahren. Und dann so, wie wollt ihr das jetzt nochmal verändern, wenn da hinten keiner steht? Dallu! 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 festnehmen lassen. Ja, ich habe ihn einfach nur geschlagen. Digga, er hat verlassen. Ich habe auch 60 Grad bekommen. Ja. Meiner hat auch verlassen. Ja, aber wieso schlagen die Ja. Ich habe auch versucht, eine Festnahme zu bekommen. Und ich habe es zweimal. Du hast auch versucht, mein... Nee, ich weiß warum. Weil er mich geschlagen hat und du ja nichts gesehen hast. Deswegen. Ja, ich muss jetzt einmal drehen. Ich bin froh, dass YouTube das nicht hört. dann sitzen werde ich gebannt. Digga, ich tue... Ich tue so... Ich tue so, als ob ich ausräumen würde. Aber dabei bin ich ja Polizist. Und nicht normale, sondern zivil. Ich tue so, ich tue so, als ob ich kriminell bin und habe jetzt Unterstützung gefordert. Mit dieser Säti so... Digga, komm her, komm her, komm her. Ja, 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 ja. Geben. Der hat... Der hat es geschenkt. Der hat... Da ist geschenkt. Rrrr, Digga, der schreibt mir so, rrrr. Hallo? Leute, ich mach jetzt einen zweiten Part, ne?